Christiane hat sich beschwert, die hat gesagt, Pia Damo immer, du sagst Herz öffnen, so ein Quatsch, ja, finden wir blöd, wenn du das sagst, das ist nämlich total angesagt und das ist nicht die politische Linie. Also habe ich gesagt, nächstes Mal, okay, jetzt von nun an Herz öffnen ist gut. Ich bin halt Dienstleister, also, was die Leute, wo Gala-Wunschkonzert. Also heute, Herz öffnen. Nächstes Mal, relaxen. Ich muss immer an eine interessante Geschichte denken mit diesem Herz öffnen. Da war ich auf einem Retreat, IMS Retreat, das ist so dieses Jahresretreat von IMS, das ist so ein, vielleicht der große Event in der Theravada-Welt, das ist so ein Drei-Monats-Retreat in Massachusetts und da kommen so die ganzen bedeutenden Lehrer dieser Tradition, Joseph Goldstein und Sharon Salzberg und Carol Wilson, viele von denen kommen auch ab und zu nach Deutschland, aber die machen das schon seit 30 Jahren und dann für dieses Retreat dann jeden Tag jemand anders ein Talk, so ein interessanter interessanter Ort zu sein. Jedenfalls, die haben gesagt, auf dem Retreat meinten sie, normalerweise, die Retreats, die die lehren, das ist alles immer eigentlich das Gleiche, so wie passt, dann ein bisschen mehr da. Und ein Jahr haben sie mal gesagt zu den ganzen Lehrern, ihr könnt eure Retreats einfach nennen, wie ihr wollt, könnt euch, bleibt ein bisschen kreativ, nur der Name anders, sonst alles wie normal. Und dann ein paar haben gesagt, ihr Retreat Opening the Heart, ja, das war der Titel. Und diese Retreats sofort ausgebucht, also genau das Gleiche in grün, wirklich das identische Retreat, nur der Titel anders. Und das ist ein bisschen eine interessante Sache, ja, weil da ist schon eine gewisse, einmal ein Bedürfnis dahinter und auch, glaube ich, eine gewisse Intelligenz. Also ich glaube, dahinter steht, dass die viele von den Meditierern, Leute, die auf diese Retreats gehen, haben das Gefühl, dass ihre spirituelle Entwicklung es wird behindert oder begrenzt oder beschränkt dadurch, dass sie von ihren eigenen unheilsamen Emotionen sozusagen überwältigt oder überwuchert werden. Und gerade so die Sachen, die so das Herz so, diese Gemütsverfassung so beschränken, also diese ganzen Kleinlichkeiten und viel von dem, was so auch an nachtragen, was man so an Erinnerungen hat, an in unserer psychologisch konditionierten Gesellschaft, so gefeierte Analyse der Kindheit. Das ist ja eigentlich ein ganz interessanter Gedankengang auch, zu sagen, also die Sachen, die man in seiner, mit denen man so zu kämpfen hat, in seiner, in seinem Leben an unabbewussten Wünschen und Bedürfnissen, das wird irgendeine Ursache haben und dann gräbt man halt so weit, wie man kann, da nach Ursachen und natürlich versuche, der findet und dann daraus entstehen dann aber häufig eben wiederum weitere Spannung, ja, häufig dann sind es entweder die Eltern oder die Gesellschaft oder solche Faktoren, die auch wiederum nicht so richtig unter der eigenen Kontrolle sind, aber das Endergebnis ist ganz gut beobachtet von den Leuten, die sich da sofort angemeldet haben, dass diese diese Art Wahrnehmung diese Art Erinnerung und die Reaktionen da drauf, dass die eine spirituelle Beschränkung sind und das Gegenteil auch, vielleicht spielt da rein, dass viele Leute, die auf Retriets spirituelle Durchbrüche, spirituelle Erfahrungen haben, haben die in Form von einer Art Öffnung Öffnung man kann sagen des Herzens, wo also diese Beschränkungen alle wegfallen und man so eine gleichmäßige und sehr explosiv freudige Zuwendung oder Mitgefühl gegenüber allen Wesen hat, und das fühlt sich als sehr sehr befreiend an und aus dieser Perspektive ist einem das fast unmöglich zu verstehen, wie jemand wütend oder genervt oder nachtragend oder sowas sein könnte, weil aus dieser etwas erleuchteteren Perspektive kommt einem das einfach irgendetwas zwischen peinlich autoaggressiv kindisch und vor allen Dingen überhaupt nicht irgendwie vorstellbar produktiv vor. Das ist einfach wie eine völlig absurde autoaggressive Handlung wütend werden. Das bringt gar nichts. Und dann aber natürlich zwei Wochen später, spätestens manchmal nur zwei Stunden, dann kommt einem wieder jemand um und dann oh oh. Und aus dieser aus diesem Art erleben kommt dann das Bedürfnis, dass man muss irgendwie etwas doch tun können, irgendwie Bedingungen legen dafür, dass diese Art höhere Form von Verständnis sich irgendwie stabilisieren könnte. Und das ist ein sehr guter Erkenntnis und man kann sagen, eigentlich sehr viel, was man in die Richtung machen kann, ist alles gut. Ist alles gut, selbst wenn man das nicht so genau hinkriegt, selbst wenn einem diese Art Emotion oder Erinnerung oder so etwas noch kommt, dadurch, dass man sich so einen hohen Standard gesetzt hat, oder der einem vielleicht durch so ein Erleben gesetzt wurde, hat man dann so eine kleine Pause, dass man denkt, soll ich jetzt hier ein Drama machen? Und dann ist irgendwie schon die Luft raus. Weil gerade eigentlich dieses Wütendwerden oder so ein Nachtrag und so, das lebt sehr von dieser Impulsivität. Das ist eigentlich gerade das Schöne daran, wenn man richtig fühlt, dass man endlich ist man sich mal irgendwas sicher. Sonst, man weiß es ja nie genauso richtig, aber wenn einen da so jemand den Parkplatz wegschnappt oder so, das ist eindeutig, so geht es nicht. Okay, und wenn man dann erst anfängt zu grübeln, das ist einem auch zu blöd, jetzt da noch eine Szene zu machen, dann ist irgendwie vorbei. Also diese Pause ist schon so eine Art Gewinn und das ist ja was diese Frage allein schon ist. Entweder dieses Erleben oder die Erinnerung an so ein öffnendes Erleben oder so eine Frage, Hinterfragung, die schafft einem diesen Extraraum und dadurch wird ganz viel an Problem gleich bevor es anfängt verhindert. Okay, ich weiß nicht, als ob das jetzt, dass ich das Herz öffnen erinnere, schon als meine Provokation für heute gilt, ich würde gerne noch eine machen und zwar wenn ihr das häufiger gemacht gelehrt bekommen dann habt ihr das wahrscheinlich auf eine Art gelehrt bekommen kommentarielle Art wo man anfängt erst mit sich selbst angeblich kann man keine anderen Leute gut finden wenn man sich selbst nicht gut findet egal ein interessantes langes Thema und dann muss man erst mit sich selber und dann muss man die anderen und dann muss man immer so Sachen sagen und dann erst die Leute die man gut findet und dann die neutralen und schließlich die Feinde Okay Meine kleine Herausforderung ist für euch dass ich sehe nicht dass der Buddha das kanonisch so gelehrt hat der Buddha war da ganz interessant hat einfach gesagt sofort die Feinde also gibt es ganz interessante Gleichnisse das drastischste davon kennt ihr vielleicht mit dem Gleichnis von der Säge Mönche Selbst selbst wenn euch Banditen mit zweiarmigen mit einer zweihändigen Säge die Glieder absägen sollten eins nach dem anderen dann solltet ihr den nicht genau wer den wüten wer da einen unheilsamen Gedanken der würde nicht meine Weisung verfolgen und so sollt ihr euch üben Mönche wir wollen denen da kein böses Wort sagen und wir wollen denen nur Güte und Mitgefühl und solche Sachen Ein Adjan Brahm sagt man soll denen wünschen dass die sich keine Schwielen holen vom Segen also in jedem Fall so eine Art von groß mehr expansiven Geist und ihr könnt das mal ausprobieren ich will euch sagen das ist so etwas mir macht es Spaß so zu suchen im Kran wie der Buddha das gelehrt hat und dann zu gucken wie das so anders ist als das was so normalerweise gelehrt wird und dies ist so eine interessante Sache ihr könnt es einfach mal selber ausprobieren nehmt euch einfach mal die Leute die ihr wo ihr am meisten Gründe habt objektiv natürlich böse zu sein Leute die es wirklich zu weit getrieben haben und versucht euch die das so vorzustellen am besten so ein bisschen plastisch damit es nicht zu einfach ist und dann versucht ihr euch die zu nehmen und der Buddha sagt wie man das macht ist sozusagen auf Englisch habe ich es auswendig aber auf Deutsch kriege ich es nicht so leicht zu wollen also dass man sozusagen denjenigen mit so einer völlig unbedingten bedingungsfreien Güte so durchstrahlt es eigentlich das Wort und dann wenn das klappt sobald das klappt das auf alle anderen Wesen ausweitet kann man so in Stufen machen aber da mit dem mit dem Ultra Bösen fängt man sozusagen an wir können es mal ausprobieren machen wir mal so halbe Stunde oder sowas okay also du nimmst du kannst eigentlich mit einer Motorsäge gut ganz einfach also irgendeine Person du nimmst eine Person und dann so du entwickelst so eine Art von Zustimmung so ein Gefühl von Freundschaft und einfach so eine Art nicht bedingtes Willkommen heißen und 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 also für mich funktionieren diese Worte wie Nächstenliebe und und sowas nicht ganz so gut aber das sind die Worte die eigentlich alle versuchen dieses diese gleiche Emotion zu beschreiben universelle Liebe und 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 Meta und und das Wort Meta eigentlich kommt von der Wurzel Meta Freund so eine Freundschaftlichkeit das ist so ein bisschen wie so ein Oxytocin Rausch wenn du irgendwie so kleine Babys oder so ein Schwall von kleinen Kids so ein Schwall von Zuneigung der irgendwie weitgehend unabhängig davon ist was der jetzt macht oder gemacht hat oder machen wird das ist eigentlich der 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 Gag dieses dass das so unabhängig eine normale Zuneigung ist abhängig davon was jemand ist und macht und wie er sich dir gegenüber verhält wie er dich sozusagen reflektiert bestätigt eigentlich in deinem Sein dafür dafür gibt es die Punkte sozusagen je mehr dich jemand glaubwürdig feiert und je mehr irgendwie das heißt dass sie desto mehr Zuneigung Zuneigung jeder jeder nicht nicht genau so richtig weiß was er soll und wohin das Ganze und man lebt mit allen möglichen Zwängen und kulturellen Konditionierungen und so etwas und irgendwie versucht man das Beste daraus zu machen manchmal klappt es manchmal häufig nicht und diese Sachen die Leute verborgen das ist aus der Sicht eher so ein Zeichen von halt so kleinen Zweijährige probieren halt irgendwie Sachen aus so ja das ist nicht so schlimm so zu finden die halt raus wie man funktioniert die kriegen trotzdem oder gerade irgendwie findet man irgendwie cool wenn die die ganze Kirche zu Bruch machen oder so so eine Art so eine Art unkonditionierte oder nicht von Bedingungen abhängige Zuneigung ist gemeint und da suchst du den den bösesten Menschen dann seines Lebens für Erinnerung für damit es auch ein bisschen Spaß macht nicht so nicht so ganz einfach ist so schwer eigentlich ist nicht okay viel Spaß and did you enjoy it no oh okay so auf Englisch sorry ich denke immer auf Englisch und dann versetze ich es schnell auf Deutsch manchmal vergesse ich okay schrecklich unangenehm das ist trotzdem gut das ist trotzdem gut das zu illustrieren ich erzähle dir eine Geschichte gerade neulich war ich in einem in einer Kirche in Neukölln wo sie immer Meditation machen so in Zeit Meditation so ein pensionierter Pfarrer und seine Frau und die ermutigen auch die Leute immer die sollten mal so Meditationsretreat ausprobieren und dann einer von denen hat es gemacht und der war gerade dann den Tag als diese Gruppe war weil er das erste Mal die Woche davor beim ersten Retreat gewesen und dann hat er so ein bisschen erzählt von diesem Retreat und er meinte das war ein ganz schreckliches Retreat fünf sechs Tage lang und die aller aus bis zum letzten Tag die ganze Zeit hat er sich eigentlich nur geärgert er hat sich geärgert darüber das war ihm alles zu buddhistisch warum der konnte ich glaube dass die meisten von denen sind Christen oder ist zumindest so eine christliche Gruppe oder jedenfalls das war ihm alles zu buddhistisch und dieser Lehrer war auch nicht besonders gut und was er so erzählt hat das hat sich auch wirklich so ein bisschen komisch angehört konnte ich irgendwie nachvollziehen und so hatte er so einige mit einigen so Sachen zu kämpfen und hat immer irgendwie so ein bisschen versucht das selber zu reflektieren und da meinte er am sechsten Tag plötzlich kam es wieder blitzen und so ein überschwängliches Gefühl von völlig unbegrenzten Güte für alle Wesen und das ging so drei Tage nonstop das Licht an sozusagen und der meinte den Tag war gerade der erste Tag wo er gerade wieder so ein bisschen normal war und warum ich dir das sage ist dass das ist so ein bisschen irreführend also in diesem Widerstand da ist also das war für ihn jetzt da unangenehm aber da ist ja was passiert das war ja nicht wie sich ganz normal ärgern über Leute sondern das war ja mit einem Versuch da zu sehen was man da machen kann ja und das ist so ein bisschen wie Eisschmelzen das geht nicht so sofort und so ziemlich lange kalt so ja aber da passiert die ganze Zeit was so ja und du wirst merken wenn du da dich so eine Weile mit wenn du das ein bisschen regelmäßig machst dann plötzlich ganz viele alle möglichen guten Sachen passieren die du eigentlich gar nicht verdient hast so ungefähr ja weil diese Art das sitzt da irgendwie so drin so ein kleiner Widerstand die ganze Zeit also das ist was man da schmilzt das 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 muss man sowieso irgendwann machen ja und man lernt auch dadurch dass so in diesen Schwierigkeiten lernt man eigentlich die besten das 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 englische Wort ist wie heißt das auf Deutsch geschickte Mittel so was Tricks ganz einfach ja also zum Beispiel bei dieser Sache eigentlich die richtige Kunst dabei ist für andere Leute Entschuldigungen erfinden ja also der konnte gar nicht anders oder irgend so was ja und sich das irgendwie bildlich machen jetzt es gibt es ja auch DSM4 ICD10 alles was man so haben kann an man hat irgendwie einen Namen ja und manchmal ist es deswegen hilfreich weil wenn man dem irgendwie einen Namen geben kann dann ist es schon so eine halbe Krankheit dann ist schon so halb was wo man nichts machen kann so ungefähr man ist dem so ein bisschen ausgeliefert und das ist eigentlich glaube ich so ein Thema wie sich solche Sachen auflösen ist ganz häufig dadurch dass man sieht dass häufig was schwer fällt ist eigentlich nicht Leuten etwas nachzusehen oder zu vergeben die ganz erbärmliche Figuren sowieso sind sondern Leute die sehr stark auftreten und irgendwie damit davon zu kommen scheinen so ja dieses so als als ob man so denkt na wenn ich denen das jetzt auch doch nachsehe dann kommen sie völlig ungestraft davon sozusagen ja und das ist irgendwie so eine Sache wofür man sich dann aber man merkt dann eigentlich nach einer Weile wenn man das so macht damit bestraft man sich eigentlich aber selber ja weil denen ist das häufig erschnurzt die sind ja weit weit weg lange tot das ganze Spektrum aber man selber läuft mit diesem Stein und Krampf da drin rum und zahlt natürlich die ganze Zeit dafür wie so ein Keller voll Gerümpel irgendwie hat das irgendwie so im Nacken also eigentlich muss man was machen mit diesem Gerümpel und wenn man feststellt das aber muss ich eigentlich nur irgendwie ein Modell machen wie man dass man das schafft zu sehen also wenn du jetzt nimm irgendwie jemand so einen Typ wie Adolf Hitler ja also meistens wir die Leute die es am Schwerfeld sind ja die was persönlich getan haben 20 Millionen Russen und 6 Millionen Jungen das einem mehr schnurzt mehr oder weniger nicht ganz aber nicht so schlimm als wenn einen jemand mal irgendwie beleidigt hätte oder so und aber da zum Beispiel wenn du irgendwie siehst was für eine ärmlich pathologische Existenz das ist wenn du den Aspekt rausbringst ja wenn du jetzt du bist irgendwie ein meter 54 groß und dann mit der malerei klappt es nicht so und ja und all diese Sachen ja so dann noch drogenabhängig und so weiter ne denn das es fällt dir irgendwie leicht zu sagen leichter zu sehen irgendwie das ist eine pathologische Handlungsweise du hast nachher irgendwie einen völlig verängstigt irgendwie psychisch schwer psychotisch psychisch kranken mensch noch dazu jemand der nach karma gesetzt dafür eine unausdenkbare zeit in der hölle beraten muss dann also das ist ja sei es wie es ist aber das macht es möglich einem ja so ein das das so ein bisschen milder zu sehen ja also ich glaube das ist so ein ein Kunst die man da lernt ja so diese Kunst so Sachen zu betrachten so dass die einen bedienen ja dass die dass das einem nützlich ist und es gibt da viele tolle Sachen auf die man da stößt wenn man das so vergleicht mit dem was andere Leute mitmachen ja man ist da irgendwie besonders weil einem da jemand aber das ist eben das Schöne in diesem Yamatal es gibt immer Leuten denen es noch schlechter geht ja und das kann man für solche Zwecke irgendwie ganz gut benutzen das ist jetzt so ein Trick genau gut aber ist das nicht ein Trick jetzt in dem Sinne wenn du so beschreibst also so dass als eine pathologische wie auch immer stelle ich mich da nicht über diesen Menschen in dem Moment ist das nicht eine Haltung so ein bisschen so ja das ist ganz also es ist eine Gefahr so dass man nah an Arroganz ist dass ich dann schon wieder runtergucke auf den und das ist ja auch nicht das wahre Herz und ich habe noch eine zweite Frage dazu ist es denn auch ein Trick oder oder erstmal ein erster Schritt wenn man dem jetzt nicht gerade das Herz entgegenbringt dann so eine so eine Haltung zu kriegen es ist mir egal weil das ist ja also wenn der mir jetzt Böses getan hat zumindest eine Haltung zu kriegen ich bin ihm nicht böse ist mir egal das ist okay ja also dieses Wort Upaya was jetzt wir als den Trick bezeichnet haben da geht es darum einen bestimmten Effekt zu erreichen das ist nicht so sehr eine absolute Wahrheit so ja und das ist in dem Fall wo wo sich das so sperrt wo das so sagt nee also das geht einfach nicht ja man kann einfach nicht kleine Kinder misshandeln und solche Sachen ja wo man so einen wo sich das so sperrt dass man es irgendwie schafft darum rum zu zu arbeiten und gelegentlich ist da so ein und du hast recht dass das nicht als Ende ist das so ein bisschen schwierig aber gelegentlich ist das ganz gut also in dem Fall ist es ja häufig so dass eben gerade dieses mit der Arroganz und Überheblichkeit des anderen umzugehen und dann ist das so ein bisschen wie Feuer mit Feuer bekämpfen wenn du so willst ja nicht als letztes Ende aber in diesem Fall wir versuchen irgendwie einen Ansatz zu kriegen dieses Ding da zu schmelzen ja und das hilft es so ein bisschen aufzuweichen zu relativieren diese Position ja wo diese dieses Eingegrabene so wie im Ersten Weltkrieg ja die sitzen Darmgraben die sitzen Darmgraben und metzeln sie sich für immer sozusagen ja und das füllst du gar nichts so ja das andere ist würde das reichen wenn man so ein Indifferenz statt zu einer einer Güte zu entwickeln wenn es eine richtig echte Indifferenz ist ja okay aber in beiden eigentlich genau wie bei der Arroganz du musst so ein bisschen vorsichtig sein weißt was ich meine ja auch da es gibt so eine Art von von Gleichmut die so ein bisschen so was die eigentlich diese Art der Aversion versteckt sich da so ein bisschen drin ja so das so ein bisschen wie so ein wie so ein Mann der nicht mehr mit seiner Frau redet und immer nur Fußball guckt ja und dann wenn sie irgendwie sie kommt da mit ihrem Logmoik an und dem Ding an und dann okay ist irgendwie keine besonders gute Art von Kommunikation und Gleichmut okay es wird nicht helfen der Situation ja also ich glaube die die Sache generell die kontemplative Arbeit ist immer so eine wo du weißt wo du hin willst ja und wo du hin willst ist etwas eine eine Läuterung von deinem eigenen Herz dieses Wort Läuterung also so wie man so Gold läutert von Unreinheiten oder ja also dieses man geht davon aus dass diese Aversion diese Gegenwendung diese Verkrampfung Verhärtung dass die einem ganz doll schadet ja und dass man da mit Ablenkung dem nicht beikommt ja dieses wenn du jetzt so zum Beispiel dieses wie heißt es auf Deutsch dieses Post-Abortion Trauma wenn du oder so Leute die im Krieg waren nach Abtreibung Abtreibung Trauma ja also du kannst wenn du so eine Art Trauma hast indem du dich die ganze Zeit geschäftig hältst ständig mit irgendwelchen Sinneindrücken bombardierst und zwischendurch vielleicht nochmal eintrinkst und ja dann kannst du das irgendwie so wegdecken aber das das frisst die ganze Zeit so das ist das ist nicht die richtig das ist keine Lösung dafür für das für das für das für das traumatische Erlebnis sobald du alleine bist und nichts machst dann plötzlich kommt das alles hoch so so eine Art und und es hilft auch nichts jetzt jetzt dieser psychoanalytische Ansatz auch so eine gefährliche Sache das alles zu erinnern und und hoch zu bringen zu denken okay diese Verdrängung ist das eigentliche Problem nee die Verdrängung ist häufig ein sehr gesunder Mechanismus das das System ist nicht stabil genug dafür und die Idee ist bei der bei der meditative Ansatz ist der dass du einmal schaffst du dir durch diese Tugendentwicklung so eine Makellosigkeit und das macht dir so ein gewisses inneres Glück und so eine Stabilität durch Großzügigkeit dadurch dass du sagen kannst also ich bin harmlos gegen ich habe niemandem was getan oder ich tue niemandem ich habe ein paar Resolution schade ich anderen wesentlich und dann sagt der Buddha dadurch hat man unermesslich vielen Wesen Angstfreiheit ja so sonst nicht stillen nicht töten nicht fremdgehen nicht lügen kein Akku dadurch gewährst du unermesslich vielen Wesen Angstfreiheit mit einer Wort und dadurch also es ist ja nicht nur dass einem jemand was tut aber dass einem jemand was tun könnte es schafft ja schon so eine erhebliche Veränderung der Lebensqualität und dadurch dass man das sozusagen gibt Schutz vor sich selber seinen drängen trieben dadurch erhält man eine unermessliche Menge von Angstfreiheit heißt ja Stabilität und aufgrund dieser Stabilität und aufgrund dieser Meditation meditative Raum ist das wie so ein Labor da kann man so experimentieren ja also das macht jetzt nichts wenn das mal nicht gleich klappt so ja aber man kann was so dran man kann so ein bisschen was ausprobieren und also zum Beispiel jetzt wie deine Einwände sehr gut sehr reflektive Einwände probiert man einfach mal so ein bisschen und guckt wie das so wirkt man weiß ja wo man hin will damit ich habe noch eine Frage wenn ich also ich habe das andersrum auch gelernt wirklich erst mit den Leuten anfangen wie man so gut bleiben kann und damit habe ich auch wirklich keine Probleme das kann ich prima mein Herz öffnen ganz viel Mitgefühl aber bei den wirklich Bösen habe ich so mit mir zu tun dass ich gar keine Türen mehr entwickeln kann dann geht es auch wenn ich Panik habe und dann muss ich wieder auf Leerheit meditieren dann bin ich schon längst wieder weg von dem was ich eigentlich machen möchte dann muss ich fragen was ist denn da was paniken kann also dann kann ich eigentlich gar nicht mehr machen was ich machen will ja ist ein ist eine interessante sache ich würde sagen wenn du so eine starke reaktion da hast dann bist du wahrscheinlich gut bedient daran dir das irgendwie so zu einem thema zu machen da gibt es bestimmt viel zu lernen und du wirst finden dass du da wahrscheinlich letztendlich wirst du wahrscheinlich froh sein dass du so eine intensive situation da gehabt hast weil das zwingt dich so dazu gute lösungen zu finden und ich könnte dir so sachen sagen die du ausprobieren kannst aber viel wichtiger als so eine einzige lösung zu finden ist glaube ich so das Interesse da so dran zu bleiben und vor allen dingen du brauchst eigentlich was ganz wichtig ist ist dass du im Vordergrund behältst du machst das nicht für die oder den oder sondern für dich wenn du hier sitzt was du über diese Leute denkst denen doch schnurz oder die wissen davon nichts ist denen egal was immer das hat nur mit dir zu tun und du bedienst die eher noch wenn die wirklich böse sind und dir böses wollen wenn du das nicht schaffst das aufzulösen wenn dir das so eine heimtückische Motivation da helfen kann aber wenn du da dran bleibst dass das etwas ist was du nur für dich machst und was nur etwas an widerstand in deinem herz ist was mit denen gar nichts zu tun hat dann du solltest so allerlei interessante winkel finden nicht alles wird immer sofort klappen aber auch wenn das nicht sofort klappt das ist natürlich ein unwahrscheinlich gutes Karma weil die Absicht ist ja da ob das klappt oder nicht die Absicht ist ja da was mit zu machen und ich sehe jetzt kann nichts falsches dran wenn es gut klappt mit dieser anderen Sequenz kannst du kannst du durchaus damit machen gerade auch so zwischendurch ganz wichtig dass man zwischendurch immer wieder so ein Gefühl kriegt wie sich das eigentlich anfühlen sollte oder könnte oder so ja dass man das ist nicht so die nur so frustrierend ist aber eigentlich ich glaube so du du bist gut bedient wenn du dir so ein meta level machst wo dir das so Spaß macht damit Sachen auszuprobieren so ja das ist so deinen kleinen Aufgaben wie so einen kleinen Experimentier Bau Keißen ist da weil du wirst ganz viel gerade wenn du dollen Widerstand hast wirst du da die interessantesten Sachen lernen weil dann zwingt dich das so du kannst nicht so einfach da so dösen wie bei so atem atem med meditation ja das ist glaube ich ganz wichtig das in vieler hinsicht also das das funktioniert am besten je mehr du geschützte räume hast desto wahrscheinlicher ist das dass du ähm dass das klappt eigentlich ja dass sich das so eigentlich sicher fühlen sollte so ganz wenn du willst rational gesehen dass da eigentlich nichts passieren kann Sandbox heißt das doch auf dem Computer oder wenn man so ein Programm gefährliches Programm macht man erst mal in der Sandbox auf gucken ob da Viren drin sind ok